Mario Puff, Powerhouse Gym, Lahnstein 108 Pietro Bomarito, Bodyfit, Mannheim 109 Richard Böcker, Kulturistik, Sport und Geisthalm Und Nummer 110 Mirko, Wohlgemut, Bodygym, Bad Schlema So meine Herren Doppelbizeps Latissimus Seinliche Brustnose Doppelbizeps, Rückenansicht Latissimus Komöbo Rost Power Seinliche Dricex-Explosion Bauch und Bein. Dankeschön meine Herren, wir sehen euch zur Siegerehrung. Oder jetzt kommen wir erstmal die Kür. Genau, die Kür darfst du auch nicht vergessen. Startnummer 107, Mario Puff. Geht es? Eine Minute. Okay, geben wir dir eine Minute Zeit. Und dann geht es Schlag auf Schlag weiter hier. Vier Athleten haben sich angemeldet. Und Mario Puff, Powerhouse Gym, Lahnstein wird gleich loslegen. Schöpfe. Wir sehen uns die ganze Zeit. Schöpfe. 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 Ist notre gut? D difficulty. Aber es ist vorbei. Schöpfe. Hallerek. Foss Mikhe. We're taking pictures from a magazine Looking for the answer Ever since we were 17 We got it all wrong We just gotta hold on And on, on, on Cause we're gonna be losers I'm gonna get their attention I'm gonna be losers I don't want to win your angels Give me It's so hard to be explosion Thank you Mario Bosch, Powerhouse-Chef Langstein. Der nächste Athlet hat die Startnummer 108. Pietro Bomarito, Bodyfit Manhattan. 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 Pietro Bomarito, Dankeschön. Das sind die Startnummer 109. Richard Brücker, Kulturistik, Sport und Geisenheim. Das sind die Startnummer 11. Das sind die in Möge Deutschland. Jeder hat die Startnummer 11. Die Herzen Wunschung ist die Startnummer 11. Aber Sie sehen Sie auf der Übergabe. Das waren die Startnummer 11. Der nächste Kandidat hat die Startnummer 110 und heißt Mirko Wohlgemuth. Wohlgemuth war Schlepper. Untertitelung. BR 2018 Sehr gut, sehr gut, sehr gut.